Musik Ein Zahnarztbesuch steht selten auf dem Terminkalender eines Fußballprofis. Doch gesunde Zähne sind ähnlich wichtig wie leistungsbereite Muskeln. Ein weiterer Baustein für die optimale Vorbereitung für ein anstrengendes Turnier. Mit den neuesten Methoden werden die U21-Spieler vor ihrem EM-Trip untersucht, wie zum Beispiel mit diesem Stab, der das lästige und strahlenintensive Röntgen ersetzt. Karies ist im Prinzip wie eine Entzündung. Und die kann sich im Prinzip von einem einzelnen Zahn über das gesamte Körper ausbreiten. Entzündungswerte da schmerzen, dann fliegt man eventuell ja auch, dann hat man ja verschiedene Druckverhältnisse oder kommen in andere Wetterverhältnisse, andere klimatische Verhältnisse. Das kann schon sehr viele Probleme bereiten. Ja, das kann schon sehr viele Dinge geben.